Moin moin, liebe 1000 PS-Freunde und herzlich willkommen zur Spielestunde heute. Die Tage werden kälter, vor allem werden sie aber kürzer und deswegen müssen wir uns irgendwie Alternativen suchen. Ab 8. Oktober können wir Ride 4 kaufen, letztendlich der Motorrad-Simulator, wenn man so möchte. Und die große Frage, die wir uns natürlich alle stellen, wie realistisch ist dieses Spiel tatsächlich? Und das schauen wir uns heute mal an, also seid gespannt. Wie ihr alle vermutlich auch, haben wir uns die Frage gestellt, wie realistisch ist dieses Spiel denn überhaupt wirklich? Und wir haben gedacht, wir testen das jetzt einfach mal aus und legen es tatsächlich einfach über die Realität. Ich habe ein bisschen im Archiv gekramt und habe Onboard-Aufnahmen von der Lümenburg-Ring-Nordschleife gefunden. Deswegen, weil es Nordschleife auch in Ride gibt, fahren wir das jetzt einfach mal nach. Ich bin jetzt hier im Menü angekommen. Es ist tatsächlich der erste Versuch, also man muss bei Ride, um das Spiel starten zu können, am Anfang zwei, drei kleine Challenges machen. Das habe ich jetzt beim 37. Versuch dann auch irgendwann mal geschafft. Und jetzt kann ich mir ein Rennen auswählen. Das mache ich und zwar fahre ich ein Einzelrennen. Für Gegner bin ich definitiv noch nicht bereit, habe ich festgestellt. Wir wählen uns ein Bike aus. Was wollen wir haben? Eigentlich wollen wir was Schnelles fahren. R6, reicht uns das? Nee. Wir können uns hier ein Motorrad ausleihen. Fireblade, oh schick. Super Motor für die Nordschleife, vielleicht jetzt nicht ganz angemessen. Aber, oh, Yamaha R1. Endurance modifiziert. Klingt gut, nehme ich. Nehmen wir uns noch eine Strecke aus. Nordschleife, haben wir gesagt, machen wir. Hier schauen wir, sehen wir, welche Strecken es alles gibt. Es sind aktuell noch 27, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, über alle Kontinente. Das werden aber mit der Zeit dann jetzt immer mehr. So haben uns die Entwickler mitgeteilt. Wir fahren heute Nordschleife. Und das war es auch schon. Ab zur Strecke. So, die Nürburgring-Nordschleife. Was sehen wir? Es schaut erst mal optisch doch durchaus ansprechend aus, was hier passiert. Hier können wir jetzt noch Wetter- und Blitzschläge einstellen. Tagwolkenlos, das klingt deutlich besser. Ob es 15 oder 16 Uhr ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Keine Wettervariabilität, das machen wir auch. Wunderbar, bei Xsetup. Ja, weil ich absolut gar keine Referenzwerte habe und das vermutlich alles seinen Sinn hat, dass das hier so eingestellt ist, wie es eingestellt ist. Lassen wir das einfach so. Und dann starten wir das Ganze einfach nochmal. Also, ich drücke Play, wenn ich auch wirklich starte. Das hat ja gut geklappt. So, Onboard-Play bitte. Alles klar, jetzt sind wir ungefähr synchron. Wunderbar. Also, Nordschleife. Bitte bei der Onboard-Aufnahme an alle Linienverbesserer. Dieses Video ist entstanden an meinem ersten Tag auf dieser Strecke. Und ich weiß, dass die Linie da nicht perfekt ist. Es geht hier aber auch jetzt einfach nur darum, wie realistisch ist dieses Spiel. Und ich bin mit dieser R1 schon jetzt, liege ich schon wieder auf der Nase, viel zu schnell. Was sehen wir? Wir sehen, dass die Grafik hier eigentlich ziemlich cool ist. Also, ich habe die Zuschauer am Rand. Ich habe alle Markierungen. Alles, was so auf der Nordschleife ja schön ist, ist, dass die Straße da so schön bemalt wird von den Fans. Das sehe ich hier auch alles. Und ja, das passt. Das Gefühl hier, man sieht es, ich eiere rum, ist nicht der absolute Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott. Ah, und ich liege wieder auf der Nase. Naja. Das ist natürlich alles als Simulator ausgelegt und soll sehr realistisch sein. So haben die Ride-Entwickler das extra ausgelegt. Das heißt, was ein Motorrad macht, wie es sich verhält in der Kurve, hängt natürlich davon ab, wie sich der Fahrer verhält. Und deswegen steuere ich hier sehr stark die Bewegung des Fahrers. Und das ist natürlich dann alles, ja, muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass man eben nicht, wie bei einem Autorennspiel, einfach Befehle geben kann. Und die werden sofort umgesetzt. Oh Gott, jetzt lag ich schon wieder fast auf der Nase. Aber ansonsten funktioniert das hier ja einigermaßen okay. Bis darauf, dass ich jetzt gleich vermutlich wieder auf der Nase liege. Ja. Naja. Ride 4 am 8. Oktober kommt es, hat sich zwei sehr prominente Partner mit ins Boot geholt. Und zwar sind das Yamaha und Bridgestone. Oh, der war böse. Und warum sollten so Hersteller bei einem Videospiel mit einsteigen, ist jetzt die große Frage, die man sich stellen kann. Bei Yamaha, die haben das auf der Pressekonferenz relativ, ja, deutlich kundgetan, dass es einfach darum geht, eine neue Zielgruppe zu erschließen. Und diese neue Zielgruppe sind natürlich junge Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort schon den Motorradführerschein haben, aber, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite mich jetzt hier in so ein Spiel rein und baue mir da ein total geiles Motorrad, so eine Yamaha R1 hier auf, dann ist es natürlich klar, dass wenn ich einen Führerschein mache, ich auch total gerne einfach eine Yamaha fahren will. Wenn es vermutlich dann vielleicht erstmal eine 125er ist oder ein A2 Bike, das ist alles, ergibt alles total Sinn, meiner Meinung nach. Und deswegen gibt es auch ein, ja, viele Yamahas hier, ein paar Sondermodelle und das ist eigentlich sehr geschickt, wie Yamaha das macht. Ähnlich ist es bei Bridgestone, die natürlich, ja, auch einfach da auf Präsenz, ah, fuck, auf Präsenz setzen. Ich habe übrigens völlig aus den Augen verloren, wo ich gerade Onboard bin. Ah, ich bin auf dem Spiel auf jeden Fall bis hierher langsamer. Wenn ich nicht fünfmal auf der Nase gelegen hätte und vermutlich im echten Leben bereits lange tot wäre, wäre ich vermutlich eh nicht schnell. Genau, Bridgestone ist mit eingestiegen und es ist relativ interessant, was nämlich neu bei Riot ist im Vergleich zum Dreierspiel, ist, dass der Reifen jetzt sich auch auf das Fahrerverhalten einstellt. Das bedeutet, wenn ich jetzt hart fahre und in Schräglage hart beschleunige, ähm, meine Güte, jetzt wird es langsam nervig, ähm, dann nutze ich der Reifen auch einfach schneller ab, wenn ich die Flanke belaste. Wenn ich, äh, rund fahre und einen runden Fast hier zusammen bekomme, wovon ich hier offensichtlich sehr weit entfernt bin, ähm, dann, ja, dann nutze ich der Reifen eben nicht so schnell ab. Und da ist es dann so, dass man, ähm, eben auch Renntaktiken sehr gut abbilden kann mit diesem Spielen. Ja, was können wir sonst sagen zur Nordschleife hier in Riot? Also, Riot hat alle Strecken per Drohne vermessen, äh, die Nordschleife auch. Ich denke mal, dass sie das nicht selber gemacht haben, weil diese Daten sind ja schon, ähm, sehr lange vorhanden und da gibt es andere Vierradspiele, die das schon länger umgesetzt haben, ähm, letztendlich ist diese Strecke hier meiner Meinung nach bislang sehr, sehr gut abgebildet. Ich war dieses Jahr das erste Mal, ja, tatsächlich auf der Nordschleife, habe mich früher auch mit, ähm, Vierradspielen damit beschäftigt und, ähm, muss sagen, also erstmal ist es natürlich nochmal unglaublich beeindruckend, wenn man diese Strecke dann wirklich selber mal unter die Räder nimmt und fahren kann, ähm, und vermutlich hätte dieses Spiel mir jetzt so beim ersten Gefühl, ähm, durchaus geholfen, mich darauf vorzubereiten. Ähm, ja, ich habe hier bekommen eine Ideallinie angezeigt, scheiße, ähm, bekomme Bremspunkte angezeigt, ähm, ja, bin deswegen eigentlich ganz gut aufgehoben, ähm, allerdings motorisch absolut unfähig gerade und deswegen funktioniert das nicht so richtig. Aber ansonsten ist diese Strecke wirklich sehr realistisch abgebildet, meiner Meinung nach, äh, man merkt jetzt gerade, ich bin gerade über eine Kuppe gefahren, da wurde das Vorderrad leicht, jetzt ein bisschen hochgekommen, ähm, das ist natürlich was, was in echt nochmal viel beeindruckender rüberkommt, allerdings hier auch, ähm, ja, einfach genau so passiert, also ich, ähm, kann mich nicht nur auf rechts und links einstellen, sondern es geht auch oben unten, vor allem Bodenwellen, ähm, ja, es fängt an zu vibrieren, wenn der Asphalt nicht so toll ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Was mir nicht gefällt, ich sag's immer wieder gerade, ist mein Fahrstil. Also, ähm, falls jemand nochmal über die, ähm, Onboard-Linie meckern möchte, bitte meckert doch einfach über die Linie, die ich hier fahre. Äh, uh, und, äh, in Sachen Fahrphysik ist Ride, ähm, schon wirklich, ähm, sehr weit. Das bedeutet, ähm, Bremsen in Schräglage hinein funktioniert nicht so richtig, man, ähm, ja, man muss wirklich ein bisschen dosieren. Und ich hab's mir jetzt gerade leicht gemacht, indem ich das Standard-Setup benutzt habe, das heißt, ich muss eigentlich nur Gas geben, Bremsen und Lenken. Man kann das Ganze dann auch noch mit der, mit der wirklichen Schaltung spielen. Und jetzt bin ich hier, uh, gerade durchs Bründchen durch, fahr jetzt auf die Eiskurve zu. Hier ist in Realität der Asphalt tatsächlich am schlechtesten auf der Strecke, das habe ich jetzt hier nicht so gemerkt. Oh, Hinterrad kurz weg, naja. So, Pflanzgarten-Sprung. Uh, der hat wehgetan. Autsch. Ja, wir sind dann bald schon einmal um die Nordschleife rum. Was sagt die Onboard-Perspektive? Ja, der, also ich habe mich selber geschlagen. Onboard war's übrigens, ähm, ihr habt's vermutlich schon erkannt, ein Naked-Bike, eine Aprilia Tuono. Ähm, und ja, da waren wir mit PS unterwegs, haben die Naked-Bikes getestet. Der Typ, der da vorne im Bild immer ein bisschen rumfährt, das ist der Thilo Günther. Der sagt einigen von euch vielleicht ein bisschen was. Das ist ein, ähm, ja, bekannter deutscher Roadracer. Pikes Peak gefahren, mehrmals Fischereihafenrennen gewonnen. Und nebenbei auch noch ein sehr unterhaltsamer Typ. Und, äh, ja, da waren wir im Videomodus unterwegs, also, ähm, nicht am Limit, was man auf der Nordschleife sowieso nicht machen sollte, weil hier gibt's keine Auslaufzonen. Und wenn man das so machen würde, wie ich das jetzt hier gerade im Spiel gemacht habe, dann, ähm, ja, schafft man's drei Kurven weit. Und dann muss man sich vermutlich erstmal ein Jahr liegend regenerieren und dann kann man's nochmal versuchen. Also ich vermute, die Frequenz, in der man sowas machen kann, ist dann, äh, relativ gering. So, jetzt haben wir's fast einmal rumgeschafft, fahren auf die Döttinger Höhe. Unsere Endurance R1 vibriert wie Hölle. Ähm, von der Optik her passt's aber. Und, äh, ja, die Perspektive muss ich sagen, mit dem Cockpit finde ich auch sehr cool. Man kann noch verschiedene Perspektiven einstellen. Es ändert sich sogar der Sound. Oh, jetzt hab ich zu lange geguckt. So schaut's natürlich auch. Ganz cool aus. Aber, au, aber als, ja, Motorradfahrer möchte man natürlich die maximale Simulation haben. Und, ähm, die bekommt man eben in der Onboard-Perspektive. Ach, du Schande. Hat irgendjemand mitgezählt? Wie oft ich jetzt lag? Ich nicht. So, komm, eine Kurve, die schaffen wir jetzt vielleicht noch ohne Sturz. Da hinten stehen die Krankenwagen bereit. Leute, ich brauche euch. Alles klar. Und wir sind rum. 9 Minuten 20. Ähm, ja, das war nix. Da war Helmut Dähne in den 90ern schon viel schneller. Naja, gut. Der hatte sicherlich auch viel besseres Material als dieser R1 hier. Wir drücken mal Pause und schauen uns an, was wir hier sonst noch jetzt machen können. Ähm, es gibt einen Fotomodus. Das heißt, ich habe jetzt das Bild hier angehalten und sehe, wie stilistisch perfekt ich mich auf dieser R1 bewege. Und kann jetzt hier eine Perspektive auswählen und kann dann ein Foto schießen. Ja, guck, die Zuschauer sind auch begeistert. Ich sehe das direkt. Die haben richtig Bock dazu zu schauen und sind extra zum Campen hergefahren. Und jetzt machen wir mal ein schönes Bild. Bild verarbeiten. Wunderbar. Oder? Hat es jetzt ein Bild gemacht? Ich weiß es nicht. So. Ja, und die Gegner sind längst weg. Ich habe noch ein schönes Foto gemacht. Jetzt gehe ich mal zurück zum Hauptmenü. Der nicht gespeicherte Fortschritt geht verloren. Ja, oh schade. Diese grandiose Leistung wird, ja, wurde jetzt doch aufgezeichnet. Vermutlich wird sie dann doch irgendwann mal stattfinden. Ja, was haben wir noch zu Ride 4 zu sagen? Wir haben einen Mehrspielermodus. Wir können unser Bike und unseren Fahrer natürlich anpassen. Wir können unsere Lederkombi, können wir uns was anderes anziehen. Fahrermontur, was haben wir hier? Handschuhe, können wir alles einstellen, wenn wir das gerne möchten. Visier sogar vom Helm, die Farbe. Ja, da hätte ich natürlich so etwas Verspiegeltes genommen. Eigentlich sieht es noch cooler aus. Stiefel, Knieschleifer und so weiter. Alles anpassbar. Sehr cool. Moment, Ride-A-Montur, da stand was von Harley-Davidson. Ja, warum sind wir so eigentlich nicht gefahren? Sieht doch geil aus. Passt nicht ganz zur R1, ist aber witzig. Wir können unseren Fahrstil sogar anpassen. Ausbalanciert. Ja, vermutlich das, wie ich jetzt auch in der Realität fahren würde. Schultern raus, ja, ein bisschen Marke-Style, sieht auch geil aus. Alte Schule, haben wir den Dovi dann. Füße beim Start. Beide Füße, rechter Fuß, linker Fuß. Also, welcher Fuß steht auf dem Boden? Ja, ist jetzt vielleicht nicht übermäßig relevant, aber witzig, dass man es einstellen kann. Bremsbein raus. Sieht man in der MotoGP, mache ich in echt sowieso nicht. Lassen wir also sein. Bremsfinger 2, passt. Bestätigen und zurück. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Rad-Tuning. Rad-Tuning heißt in dem Fall Bike-Tuning. Da hat der Übersetzer ganze Arbeit geleistet. Wir können am Motor was machen. Ah, schau, Motorbausatz 1, Motorbausatz 2 ist in dem Fall jetzt noch gesperrt. Was bringt uns der Motorbausatz? Naja, schau. Über 10 kW Leistung. Gewicht geht runter. Kostet 12.460 Credits. Können wir das machen? Na, schau. Unser Startgeld hat dafür anscheinend gereicht. Jetzt hätte ich das natürlich auch geschafft mit der R1 mitzuhalten. Das ist ja logisch. Ah ne, es war die R6. Ich stelle fest. Ich habe das Gameplay noch nicht so richtig verstanden. Die R6 ist also mein Motorrad. Ja, damit hätte ich es natürlich auch besser geschafft. Die ist ja viel fahrbarer. Persönliche Garage. Da steht nämlich die R6. Schaut schick aus. Von den Details her, der Motorräder hat Ride noch mal deutlich nachgebessert. Es ist um ein Vielfaches höher geworden im Vergleich zu Ride 3. Ja, man darf jetzt hier natürlich keine großen überrealistischen Aufnahmen erwarten. Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja auch um die Fahrphysik. Und das hat, wie wir wissen, eben sehr gut funktioniert. Und ja, jetzt können wir noch in die Karriere hineingehen. Europa-Liga, das ist das, wo wir anfangen müssen. Dann können wir uns in die Weltliga und in die Finalligen vorarbeiten. Ja, ich habe eigentlich relativ viel Lust, während der Arbeitszeit hier noch ein bisschen zu spielen. Deswegen werde ich das jetzt gleich mal angehen. Für den ersten Eindruck des Spiels soll das hier jetzt aber reichen. Meiner Meinung nach hat es von der Fahrphysik ja sehr gut gepasst. Die Optik sah auch cool aus. Die Nordschleife, geile Strecke, hat überhaupt nicht funktioniert. Hat allerdings sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, mit ein bisschen Übung kann man sich da richtig reinfuchsen. Und ja, hat schon durchaus Suchtpotenzial. Ab dem 8. Oktober kann man das Game kaufen. Ab dem 21. Januar gibt es das dann auch für die neue Xbox und die PS5. Und ich glaube, wenn man es vorbestellt, kriegt man es sogar zwei Tage eher. Also wäre dann der 6. Oktober. Aber genau. Ich denke, für die dunklen, kalten Winterabend ist das durchaus ein cooler Zeitvertreib für Motorradfahrer. Und ja, deswegen mache ich damit jetzt auch erstmal ein bisschen weiter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, macht einfach nichts. Das gefällt mir mal am besten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.